Ja hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander Conker Alarmstufe Rot 1 Remastered Gegenschlagkampagne auf Seiten der Alliierten Ganz genau und wir waren hier beim letzten Mal, haben uns hier so ein bisschen aufgebaut und da kamen dann am Ende Oh Gott, kamen dann am Ende 5 Tesla-Manneken und haben meinen Sammler-Club gemacht Ja, was die Mixter jetzt gerade auch versuchen Und ja, das müssen wir jetzt verhindern Ach du heilige, ey, blöde Mixter So, aber beim nächsten Versuch gehen die sterben Und ja, da kommen sie jetzt nämlich wieder So, nichts da, nichts da, Leute So, schönen Sammlerbeschützen, ja So, dann sammeln wir da Und ja, genau, wir haben uns unsere Basis beim letzten Mal fast fertig aufgebaut Haben hier ein paar Einheiten, ein paar Manneken Und mit denen werde ich gleich mal ein bisschen die Karte erkutschen Ach verdammt, die Energie ist wieder weg Bekanntes Problem, ja, bekanntes Problem Und genau jetzt kommt er natürlich mit seinen Flugzeugen, ne Genau jetzt, wo die Energie weg ist So, Sammler bitte mach schneller So Zack, zack, die Flax funktionieren wieder Russe Der Russe, ja, ja Was macht ihr denn da? Seid ihr bescheuert? Ja gut So, weg damit Weg damit jetzt Was? Was? Ja gut Was können die Manneken erledigen? Ah, der macht die Mauern platt Okay, warum auch immer der die Mauern platt macht Interessant, Leute Wirklich interessant Nicht überfahren lassen Ach, ihr seid doch bescheuert Ja, danke Penner Richtiger Penner ist das So So, Leute Ähm Jetzt kommt er wieder von überall angeschissen, ne So, dann hier Mach diesen Panzer weg Boah Leute Ist doch nicht wahr Jetzt wieder ein Sammler von mir Plack gemacht, der Penner Naja, gut, Leute Egal Dann baue ich den halt nach Sammler und Flackstation, bitte Meine Güte Also das ist ja wirklich Nie mehr schön So, dann reparier das Ganze Der versucht es wieder So Zack Alles klar Ja, der Sammler ist leider nicht fertig geworden Was ist doof Weil ich noch eine Mine von mir Melde mich, wie befolgt Das sind Mammutpanzer und wieder Tesla-Manneken Oh, der fasst ja aufhärt, ne Die Drecks-Tesla-Manneken Ach, du Kacke Okay Ähm Nimm dir zwei Panzer und überfahr die Kommt Ja, natürlich Zwei Mammuts Tesla-Manneken Ja, natürlich, Leute Bunker, kannst du mal bitte auf die Tesla-Manneken Ja, natürlich Genau dann, wenn ich keine Kohle habe Ne Das ist so bescheuert, Leute So, kann der Sammler jetzt mal bitte fertig werden So Alles klar Mein Gott So Bunker nachbauen Was machst du da schon wieder, Sammler? Äh 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 Das ist doch nicht wahr Puff Äh, Leute Habe ich das gespeichert? Ich habe es gespeichert Okay, gut Dann lade ich das jetzt nochmal, bitte Das ist doch Dann muss ich das nochmal laden, Leute Weil das ist Bisschen zu krass geworden Was er ja da gerade aufgefahren hat Also Wirklich So Uiuiui Okay Ich wollte hier die Flak aufbauen Stimmt, Leute Ich wollte hier die Flak Gehst du in die Werkstatt? Meine So Weitere Flak So Beide weg Okay, dann brauche ich keine Flak mehr Ich muss mich hier einfach nur befestigen Ich muss mich hier einfach nur befestigen Da kommt er schon wieder mit einem Mik Boah, zum Glück habe ich gespeichert Ohne Scheiß So Und dann kommen hier gleich die beiden Die drei Kampfpanzer hin So Energie ist wieder weg Das ist doof Aber es ist Kriegen wir hin Oh, tja Das Männchen kann man hier In diesen schwarzen Bereich hier Erkunden Oh, wir können sogar hier Die Platt machen Aber warum sollten wir das tun? Vielleicht um an Geld zu kommen So Zack, 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 zack So, Leute Alles klar Und wir müssen alles platt machen Zerstören Sie alle Einheiten Ja Okay, Leute Gut Kampfpanzer Kampfpanzer Ganz wichtig Da kommen die beiden Raketenwerfer Da sind die beiden Raketenwerfer So Da kommen die drei Kampfpanzer Seht ihr das? Da sind die drei Kampfpanzer So, Leute Die haben nämlich eben Meinen Sammler im Arsch gemacht Die Penner So, dann nehme ich mir Jetzt gleich hier unten Die Verteidigung mit So Und dann mache ich sie direkt kaputt Die Penner So Was kommt da? Zweikampfpanzer Und ein Tesla-Panzer Verdammt So, Leute Ihr geht bitte auf den Tesla-Panzer Weil wie ihr seht Die Tesla-Panzer halten nichts aus hier Die halten gar nichts aus Die Tesla-Dinger Gegen Wenneken Ja Genau Gut, dann haben wir das ja schon mal Ein bisschen besser verteidigt Kommt ihr mal und macht die mal platt Los Können wir Hubschrauber bauen? Wir können keine Hubschrauber bauen Das ist schade Leute Aber das ist okay Wir können das auch ohne Hubschrauber machen So Dann macht die mal platt Der mit seinem Mix wieder, ey Wirklich So Was bringen eigentlich die Fässer hier überall? So Würde ich sagen Da kommt doch schon wieder Da kommt doch schon wieder Da kommt doch mit den ganzen Maniken Die mich eben so genervt haben So Einfach drüber fahren Über die Kacke So Die beiden Mammuts Und die Tesla-Maniken Ah ne Die kann ich nicht platt fahren Äh Artillerie auf die Tesla-Maniken Bitte Schieß doch mal, Mensch Und hier bitte Auch diese Drecks-Tesla-Maniken Ja, sehr gut Da kommt er schon wieder mit Kampfpanzern mit Hat er wieder neue mitgebracht Äh Was war das denn? Hubschrauber Damit hat er es mit dem Hubschrauber versucht Ja, gut Ich meine Pff Wenn er meint Gut, Leute Weitere Kampfpanzer Ey, ey, ey Der sammelt da wieder, ne Der sammelt wieder Maniken Ah, scheiße Genau dann haben die sich in Bewegung gesetzt hier, ey Egal So Das ist schwierig Das ist viel Das ist tatsächlich sehr viel, was der hier hat So Dann geht ihr mal bitte da hin Ich muss Ach, Hunde Hunde-Gebell Ja, super Und das in der Aufnahme Naja, gut, egal Ah, Moment, nein Da kommt er wieder mit seiner Truppe da Was versucht er da? Lässt ihr meinen Sammler in Ruhe? Lässt ihr meinen Sammler in Ruhe? Pff Ey, ey Nix da Du Sack Nix da Lässt du meinen Sammler in Ruhe? Nix da Pff Leute Da ist der Der andere Sammler ist auch Was ein Penner Bitte was? Och, Leute Das kann doch jetzt nicht wahr sein Och, ich muss es nochmal Verdammte Scheiße Was war das denn? Och, Mensch Das kann doch nicht wahr sein Ja, nochmal laden Das kann doch nicht wahr sein Es war doch so gut gerade Warum? Warum, ey? Ich baue einfach Gummipanzer Ja Ich baue einfach Gummi Pff Nö Nö Also wenn die den Sammler jetzt abballern Dann lade ich das Bei den Sammler lasse ich mir nicht abschießen Vergiss es Den Sammler lasse ich mir nicht abschießen So In die Werkstatt Ich baue einfach Gummipanzer, ne? Wenn der so viel Scheiße hat Baue ich einfach Gummipanzer Ja, klar So, Leute Wenn der so viel Schmist hat hier, ne? Dann baue ich einfach Gummipanzer, so Wieder mal meine Gummipanzertaktik Können die Hunde mal aufhören? Na gut, egal Äh, Leute Das ist unschön Das ist gerade wirklich unschön Aber Was soll ich machen, außer hier neu zu starten? Das ist Das ist ja so kacke hier So, reparier es So, Leute Minenleger habe ich nicht mehr Da kommt er wieder mit Flugzeugen So Ja, die Raffinerie ist so weit weg Na Ja gut, ist egal Gut Direkt reparieren So Die Panzer bitte auch So, da kommt er mit seinem Raketenwerfer So Lass sie ruhig da Auf die Sammler schießen Ist okay Gut Nicht überfahren lassen So Weg mit dem Scheiß So Kirchenmucke Genau Das haben wir hoffentlich dieses Mal wieder Gottes Segen hier So Dann macht die kaputt Kacke So Hier soll kaputt machen Und am besten nicht auf die, die sich bewegen So, da kommt der Tesla-Panzer Da kommt der Tesla-Panzer So Sehr gut Sehr, sehr gut Der hat es auf den Sammler abgesehen Was soll das, Leute? Der Penner Dieser Penner, ey Wirklich Der hat es auf meinen Sammler abgesehen hier Äh Verdammt Muss man so viel gleichzeitig Pfff Machen Man muss so viel Alter, das kann doch nicht wahr sein Sammler nachbauen Das kann doch nicht wahr sein, Leute Oh, Mann Das kann doch nicht wahr sein Ja, man merkt Die Gegenschlag-Kampagne Nähert sich dem Ende Die Einheiten Ach, verdammt Mit dem alliierten Kack Äh Arsenal hier So Kaputt machen So, los Die beiden Mammuts Zwei Mammut-Panzer, ey Die Bunker bitte Auf die scheiß Tesla-Manneken So So Leute Dann den Mammut Weg machen Los So Die Kampfpanzer bitte Ha, genau So Ach, verdammt Das ist jetzt nicht wahr Boah, Leute Ich hab wieder nix an Einheiten Ne, gar nix Alter So Mach die scheiße weg Wirklich Puh Ich denk mal dran Gummipanzer zu bauen, ey So, Leute Ja, ich glaube Hier brauche ich wirklich wieder Wieder Gubi-Panzer Ohne Ende, Leute Ohne Ende Weil da kommt er wieder mit Der Kacke da Ha Lass Mammut-Panzer Bitte auf den Tesla-Panzer So Und ey, das ist so dreist Der bleibt echt gefrokust Unglaublich, Leute Unglaublich Der bleibt echt gefokust Auf meinen Sammler So Was dreist So Was dreist So Leute Oh mein Gott Alter Der kommt da wieder mit nix an Der Sammler Bitte nicht da oben hin Ach du Scheiße So Puh Okay Leute Zwei Gummipanzer Ja Klar Drei Gummipanzer sogar Ja gut Boah Einheit für Einheit, ne Das ist So Da sammelt er sich weiter Oho Da sammelt er sich weiter Da Er kommt er wieder mit Mäniken So Bunker Gut Nochmal durchatmen, Leute Speichern Mission 15 Add-on Speichern Verdammt So Damit ich das nicht nochmal von vorne machen muss Hier So Überfahrt die bitte Einfach Einfach drüber So Sehr gut So Meine Güte Alles klar Ist der dreist, ne Fallschirmbomben Auch noch Na super Gut, egal Ich kann noch einen Gummipanzer bauen Hier Boah So Leute Diese Tesla Manneken Das ist so unfair mit diesen schwachen Waffen Wirklich, Leute Das ist so unfair Mit den Pisswaffen von den Alliierten Ne, wirklich Das ist so zum Reiher, ne Wirklich Das klappt wieder Tesla-Panzer Ich hasse das Arsenal der Alliierten Ey, wirklich Das klappt wieder nicht Das klappt wieder nicht Wegen den Drecksdingern da oben Äh Mann, ey Und ein Sammler ist wieder weg, ne Leute, ich lade es nochmal Mann, 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 Mann Ich muss irgendwas gegen die Tesla-Panzer machen Ey, ganz dringend Gut, alles klar Dann da hinten Ne, erstmal hier oben drüber fahren, bitte So, einfach die platt fahren Natürlich klappt das nicht Und die Sammler sollen bitte nicht hier hinfahren Das ist sinnlos, Leute Bleibt bitte hier So Gut Äh, weiteren Turm Da kommen die beiden Mammuts Ja, natürlich Klar Die Bunker bitte auf diese Drecks-Tesla-Minnikin So Och, Mann, das ist doch nicht wahr Nochmal laden Was ist denn das, ey Ich fühle mich gerade ein bisschen verkackeiert von der Mission Wirklich Da kann man sich doch nicht in Ruhe aufbauen Wenn der Russe alle Alle zwei Minuten kommt, ey Wirklich, Leute So Überfahren So Dann sind sie hier, ne Genau Dann versucht das hier mit den Fallschirmbomben Erwartet ihre Befehle Und hier links die Männiken So, aber da stelle ich jetzt da unten den Bunker hin Dann sind sie gebaut Mann Mann So Das soll er jetzt mal versuchen Ach, die beiden Mammuts, ja Die habe ich vergessen Die habe ich vergessen Ich kann mich doch nicht um alles kümmern Leute So unfair teilweise, was hier abgeht Verdammt nochmal So unfair Jetzt kommen die noch Ey Ey, kriege ich das überhaupt verteidigt? Kriege ich das überhaupt verteidigt? Die wollen mich gerade ein bisschen verkack eiern Habe ich das Gefühl Sammler weg Ja, toll Sammler ist weg, ne Ja, toll Penner Baut den nach Das ist in Ordnung So Ich kann doch nicht alles verteidigen, Leute Ich kann doch nicht alles machen Wirklich nicht Bunker gegen Panzer Komm, das schaffste So Neuen Sammler Das ist ein Achtkampfpanzer Ich brauche noch eine Werkstatt Dann schießt er noch einen Männiken Ja, ja, komm Ja, natürlich Ach Leute Ich kann doch nicht alles Ich kann doch nicht alles verteidigen Ich kann doch nicht alles verteidigen Was soll denn das? Das gibt's doch nicht Verdammt So, Bunker nachbauen Ich kann keine einzige Einheit bauen Das ist so bescheuert Was ist das für eine Scheiß-Mission? Scheiß-Mission Richtige Scheiß-Mission Lass mich doch einmal fünf Minuten in Ruhe Ist es möglich, lieber Russe? Ist es möglich, dass wir fünf Minuten Ruhe haben? Ja, wie ich die wegmachen soll, weiß ich auch nicht Nicht bei der Frequenz an Angriffen Gut, aber ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen Ruhe habe hier Und das speichern kann So 15 Add-on Mein Gott So Hab ich jetzt mal ein bisschen Ruhe Kann ich mir ein paar Gummipanzer aufbauen Das wär's ja mal Ne, da kommt er schon wieder Da kommt er schon wieder Vergiss es Der will wieder auf den anderen Sammler Rein Ab nach Hause hier Blöder Sammler So, ab nach Hause Mach diesen Tesla-Panzer weg Ich kann's mir nicht leisten Ständig neue Sammler zu bauen Alter, was Was ist hier los? Ähm Leute Das muss ich neu starten Das muss ich neu starten Verdammte Kack-Mission, ey Verdammte Scheiße Eine halbe Stunde verschwendet Was für eine Drecksmission Was für eine richtige Drecksmission, ey Mann Leute Was soll die Scheiße? Ist das euer Ernst? Was soll die Scheiße? Das ist ein Tesla-Panzer Was soll die Scheiße? Das ist so unfair hier Ja Drei Kampfpanzer Oh, Leute Ja Genau Oh Meine Fresse, ey Was für eine Drecksmission, Leute Es tut mir leid, aber ich musste es wirklich nochmal neu starten Diese Mission ist so scheiße Es tut mir leid, dass ich jetzt hier eure Zeit verschwendet habe So Was für eine Scheiß-Mission, ey Ich kann im Strahl kotzen gerade Dieses Scheiß-Update ist so unfair Malde mich wie befohlen Mann Ich vermiene jetzt alles Ich vermiene jetzt wirklich alles hier Scheißegal, ob ich jetzt nicht mal hier reinkomme Ja Alles verminen Einfach alles verminen, ey Das ist die einzige Chance, die ich hier habe, Mensch Drecksmission, ey Richtige Drecksmission Gut Hier unten Bau die scheiß Minen dahin Wobei hier unten kommen eigentlich keine Panzer her, ne Aber ist egal Ich mache jetzt einfach Minen, Minen und nochmal Minen So Verdammte Kacke Aber schlimm war es ja nicht, ne Der Anfang, der war ja noch okay Gut, Leute Dann mache ich diese Folge einfach ein bisschen länger So Ich komme einfach wieder zurück So Der versucht wieder meinen Minenlegerplatz zu machen Das kann er aber vergessen, Leute Artillerie, komm mal her Da kommt er wieder mit Kampfpanzern Die drei Kampfpanzer, ja So Leute Das passiert mir nicht noch einmal So Ey Das passiert mir wirklich nicht noch einmal Was passiert, wenn ich in das Dorf hier gehe? Gibt es hier eine Kirche mit Geld? Weil im Moment kann ich hier auch nicht, äh Keine Dings bauen, ne Keine Raffinerie Hier ist eine, ne Das ist keine Kirche Wo ist die Kirche hier? Da, da ist der Truck da Was bringt der Truck, Leute? Der bringt mir schon Kohle Ja, da ist Kohle drin Sehr gut Ich höre es doch hier schon wieder Aber es sind nur Maniken Okay Oder ist das hier die Kirche? Müssen wir mal gucken Oh, oh Okay, nö Dann Leute, lasst mich in Ruhe Lasst mich in Ruhe, Leute Ach, nein Aha Ja, klar Natürlich, ey Raust die Wien weg Lebt die mal nach hier So Irgendwas kämpft hier schon wieder Die Bürger Ja, gut Die Bürger können das ruhig machen So, du schieß mal bitte da hoch So Mann, ey Was für eine Scheiß-Mission Aber ja, ich muss einfach Gummipanzer bauen Das ist, äh, ja Da versuch das wieder So Alles klar, Leute Ja Jo Klar Einmal Fallschirm bumpen Und das Ding ist fast weg Nein Ach Gott Was macht die Artillerie denn da Oh Da ist noch eine Kiste mit Geld Ja, Sir Geil Okay Dann Ach, Mann, ey Da muss man sich echt bei konzentrieren Das ist so kacke Jo, klar Der Jeep, ey Der kriegt doch nicht Äh, umsonst die Minen hier gelegt Wird repariert Och Scheiß Tesla-Manneken Mann, ey Die sind so unfair Ja, ja, toll Die letzten Minen hier Was macht der da? Oh, Mann, ey So, lass den Mammut hier reinfahren So Den Mammut wegmachen, ey Wirklich Boah Mann Oh mein Gott, Leute Ich kann's euch gar nicht sagen Weißt du was? Minenleger? Fahr die mal platt Verstetigt Wer schießt da schon wieder, ey So Minenleger fährt die mal platt Wenn's denn geht Ja, es geht Sehr gut Leute Und die anderen am besten auch hier unten Achtung Noch vier Minuten Er versucht's wieder mit, äh, Dings-Einheiten In Ordnung Ja, fahr die einfach platt So, ist okay Ja Ey Was ist das denn, ey Das kann doch nicht wahr sein Wirklich Oh Das ist nicht wahr Sehr gern Sofort Sofort Ja, Sir Wird repariert Äh Wird repariert Wird repariert Wird repariert Wird repariert Wird repariert Wird repariert Äh Pfff 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 Einheit verloren Ja, Sir Ah, die Tarnbunker halten mehr aus, Leute Nö Leute, wisst ihr was Da ich einen Fortschritt haben möchte Mache ich die Folge 40 Minuten Ne, das ist mir scheißegal Wirklich Ich weiß, dass ihr 30 Minuten von mir kennt Aber Ich habe keinen Fortschritt gehabt Und das ist scheiße, Leute So Haben wir's jetzt Können wir uns jetzt mal in Ruhe aufbauen Ja, wir kriegen hier unsere Verstärkungen Ist schon mal gut Wir kriegen hier unseren richtigen Bauhof Ist auch gut Die Atompanzer Ich fahre einfach mal hier unten hin So Alles klar, Leute Ey Ey Ja, Sir In Ordnung Erwarte Ihre Bestellung Unfassbar Wirklich So, Raffinerie So, Schiffe Wir können direkt nach vorne fahren Boah, der nervt Der nervt richtig mit seinen scheiß Mix Och, Mensch, Leute So Okay Egal Ah, toll Die Atrap ist weg Ja, super So, dann werde ich die Raffinerie jetzt hier hinten hinbauen Und direkt eine Waffenfabrik So, Leute Ey, das ist so Nervig Wirklich Die Katze im Hintergrund Ja, ja Gut Der Minenleger kann mal bitte hier hin Die Verteidigung kann mal da hin Ich muss mich jetzt echt mal erstmal konzentrieren, ey Ich wollte schon sagen Wer schießt hier? So, Leute Dann Radar Und dann direkt Flachs, Leute Dann direkt Flachs Und direkt einen zweiten Sammler bauen So Wir haben 31 Minuten Aber, wie gesagt 40 Minuten, weil ich keinen Fortschritt hatte hier Radarstation Flachs So, direkt Flachs Nervt richtig, Leute Ui, Tesla-Panzer Wegmachen Wegmachen, los Weg mit dem Scheiß So So Mann, ey So Äh, Flach Jetzt war's das mit deiner Scheiß-Mick So Danach eine Werkstatt Danach Verteidigung Konstruktion abgeschlossen Dann eine Werkstatt Da kommt er wieder mit seinen Einheiten Da drüben Ja, Sir Kampfmanager Kommt mal bitte rüber So Dafür sucht er jetzt nämlich wieder irgendwas Sammelt euch da los Macht den Scheiß weg So Gut Leute Das haben wir erledigt Da kommt er wieder mit seinen Drecksmaniken Ja, ja Okay Leute Dann Bunker So, los Alles klar, Leute Gut Bunker hier unten hinbauen Energie So So Alles klar, Leute Da kommen die beiden Panzer Aber das ist nicht schlimm So Dann Türmchen bauen Und am besten jetzt so Schritt für Schritt hier verteidigen Ne, meine Frösche So Die Jeepsie können das machen Ja So, Leute Die kleinen Pisseinheiten So Die Artillerie, die schafft das Ach, verdammt So Egal, Leute So Und Geschützturm Weitere Geschütztürme So Einfach nur einmauern So Nein Es ist Es ist zum Kotzen Es ist echt zum Kotzen, ey Da hat er mir die Atompanzer weggeballert Naja gut Was 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 Wird ich machen Die Schiffe, die können weiter nach vorne fahren Es war ja nur eine Werkstatt Was Höre ich da schon wieder? Tesla Panzer Der blöde Sammler Was macht er denn hier jetzt überall? Och, Leute Das wird langsam ein bisschen zu viel hier Ey Ey Das wird mir langsam ein bisschen zu viel Leute Ey, wirklich Tesla Panzer Tesla Manneken Kampfpanzer Mammuts Leute Ey, langsam ist wirklich genug Fahr die platt So Mann Das kann doch nicht wahr sein Wirklich nicht So Mein Gott Da kommt er schon wieder Gut, ich baue hier unten Bunker So Männchen Fahr die platt Komm Fahr die einfach platt hier Los Den hier auch So Mann So Geschützturm Dieses Pissarsenal Wirklich Ich hasse es Dieses Pissarsenal von den Alliierten Ey, was freu ich mich, wenn ich die Russen spiele Wirklich Gut, Leute Aber wir haben es Wir haben es jetzt gleich So Oh Das war klar Großkraftwerk Boah, wir haben mal ein bisschen Ruhe, ey Ein bisschen Ruhe Konstruktion Abgeschlossen So Oder auch nicht Unser Stützpunkt wird an So Bisschen durchatmen, Leute Also das ist ja wirklich nicht mehr feierlich hier Abgeschlossen Da kommt er wieder mit seinen Mänikeln Bunker Weiteren Turm bauen Äh, du sollst einen Turm bauen Und Gummipanzer, bitte So, der Sammler Ah, ist in Ordnung Fahr die platt Fahr die einfach platt So Einfach platt fahren Einfach platt fahren Ist das denn so schwer? Pssst Unfassbar So Meine Fresse, ey So Da kommt wieder Mänikeln Hier brauche ich einen zweiten Bunker hin Das ist dreist Der rennt einfach rein Egal So Dann jetzt Gummipanzer Einfach nur Gummipanzer So Leute Baue ich mir jetzt hier eine Gummipanzerarmee auf In der Hoffnung, dass das mal was Bisseres wird jetzt So Meine Güte Haben wir jetzt bald mal Genau Einfach Gummipanzer Wird gebaut Ich glaube, die sind die beste Strategie hier, die Dinger Generell irgendwie, ne Einheit bereit Was macht der Jeep da? Fahr da einfach da oben hin Kein Geld Wird repariert Ja gut, aber das ist nicht schlimm Das ist nicht schlimm So Die, die können mal hier helfen, bitte So Alle auf den Drecks-Tesla-Panzer So Alle auf den Drecks-Tesla-Panzer Los Ich hab alle gesagt, ne Naja Das spielt mit mir Katze und Maus Na gut, ne dann Ja, natürlich Klar Kein Geld mehr Genau dann, wenn ich kein Geld mehr hab Ja, das ist doch unfassbar, Leute Diese Dreck hier weg, ey So Ein Silo ist weg Ja gut, ein Silo ist in Ordnung, Leute Silo brauch ich nicht unbedingt So Was ich brauche, wäre hier oben ein bisschen Unterstützung, ne Die kommen ja immer von da Gut, Leute Dann würde ich sagen Weitere Gummipanzer Dank der Scheiße, wirklich Ja, Raketenwerfer Ach, Mann, 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 Mann So Unzureichende Finanzmittel Aber jetzt hab ich ein bisschen Ruhe, tatsächlich Ich hab ein, ich habe ein bisschen Ruhe So Ich bin nicht weitergekommen in dieser Folge, oh man Einheit bereit Ach, ne Die sind doch so ekelhaft, diese Velikini, wirklich Ich hasse diese Dinger Die kann man nämlich nicht überfahren Die sind OP Ja, kann man nichts machen Gegen die Tesla-Manneken Also dagegen ist man echt Teilweise machtlos Aha Überfahren Einfach überfahren Haha, so Gar nicht erst stressen lassen Von den Dingern So Da kommt er wieder mit seinem Manneken Aber da hab ich zwei Bumper stehen Das passt schon so Wisst ihr was? 45 Minuten Ja 45-minütige Folge hier Los Wieder XXL-Folge Weil diese Missionen halt sehr schwer sind Na, das ist Diese Missionen sind übelst schwer Ja So Leute Mit was für Einheitenmassen der hier ankommt Das ist unglaublich So, der Tesla-Panzer fährt schön durch die Mine Sehr gut Was war das? Was hat mir den Panzer hier geklaut? Na, wahrscheinlich eine Mikke oder so Gut, aber okay Leute, wir haben Einiges an Gummipanzern Das ist schon mal sehr, sehr gut Kommst du hier nicht rein? Doch, du kommst da rein Okay Da kommen wieder Flugzeuge Die werden direkt abgeballert Ja Sehr gut, Leute Das kann er sich mal Abschminken Haha Der will mit den Mixer Auf meinen Wendig können Oh, was ist jetzt los? Okay Was ist jetzt los? So Mit dem Mechaniker Was ist jetzt los? Geil Okay Naja, natürlich Der will natürlich jetzt mit seiner MIG hier Boah Oh, was ist das denn hier? Das ist mal weg So Geil, Leute Oh, wie geil Ah, nauf Ach, verdammt Egal Gut Oh Was ist hier? Kampfpanzer sammeln sich Ja, ist okay So, Leute dann Einfach kaputt Machen die Kacke So Ihr kriegt das hin Ihr schafft das Ne, der Bunker aber nicht Ach, der Sammler Mann, 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 Mann So So, aber ich habe ihm hier schon ein paar Sachen weggenommen Das ist schon mal sehr gut, Leute Alles klar Irgendwie habe ich Wieder einen Sammler verloren Ach, Leute Ich habe wieder einen Sammler verloren hier Das ist echt nicht wahr jetzt Ja, klar Der Raketenwerfer fährt über die Minen drüber und es passiert nichts, ne Beknackt Oh Richtig beknackt So Egal, Leute Macht den Sammler hier rein Ja, natürlich So Dann kommt ihr mal und Macht den mal weg da Los Wirdsack So Oh Mann Echt So, jetzt bin ich hier wieder an dem Punkt Die beiden Tesla-Manikern Und die beiden Mammuts Vor allem Die können nicht überfahren werden Das ist das Problem an den Dingern So, aber geht schon, Leute So Mann So Kämpft euch hier frei, Mann So Kämpft euch hier frei Und macht das hier vor allem weg Gummipanzer, ey Los So, Leute Dann kann der Sammler auch wieder hier hin Das eine Männchen kann da mal das verteidigen Doch, eh einen neuen Sammler, ne Dann hören wir die Gummipanzer auf Och Mann, ey Wie viel Scheiße der hier hat, ne Das ist unglaublich Der Bunker ist weg Der Bunker ist weg Es hört auf zu reparieren Fahr die platt Oh, Leute Nervig Oh, nein Ich hab die gerade abgezogen Scheiß Tesla-Panzer So, haben wir es jetzt bald Ich brauch einen neuen Sammler, ey Leute Ne, ich hab nach wie vor keinen Doch, ich hab hier einen Fortschritt Hier oben Hier oben, das war gut Ja, klar So Leute Alles reparieren Der Sammler, der muss unbedingt bald fertig werden Oh, nein Na gut, aber das könnte ich schaffen gegen die Das könnte ich schaffen gegen die Oder auch nicht Ja, doch Geil Ja, okay Dann Der Sammler, ey, geil Boah Mann So Wir haben über 45 Minuten, aber ist okay Oh, Leute Ja, natürlich Klar So, haben wir es jetzt mal ein bisschen verteidigt Oh, nein Das ist doch nicht wahr Echt nicht wahr Diese Drecks-Tesla-Einheiten Ich hasse es Ich hasse es richtig, Leute Ich will die Folge beenden Aber irgendwie lässt er mich hier nicht Da kommen schon wieder die Nächsten Ja Ja, das ist Leute Das ist gerade echt Nicht ohne Wirklich Mit diesem Piss-Arsenal von den Alliierten Hier die ganze Stärke des russischen Arsenals entgegen Zu stehen Äh, nee Leute, das ist zu viel Das ist zu viel Ich muss Geschützturm nachbauen Da kommen schon wieder drei Da kommen schon wieder drei Ich kann nicht aufhören Das ist, nee Ich kann nicht aufhören So Den nächsten Pazza platt machen Los Nach dem Arsch So Bunker nachbauen Da kommen zwei Raketenwerfer Oh, Mann Alter Da kommen Hufschrauber Weg damit, ja Sehr gut Den dann noch weg machen Los Und Gummipanzer Jetzt wieder Gummipanzer So Leute Meine Frösse Gut, dann haben wir mal ein bisschen Ruhe Tatsächlich Was habe ich gesagt? Wir haben Ruhe Piss Nö Wie soll das denn gehen? Wir können keine Ruhe haben Wir dürfen keine Ruhe haben So Reparieren Ich muss nämlich noch einen Bunker hier hinbauen Was macht der Sammler da schon wieder? Unzureichende Finanzmittel Einfach reparieren Was ist daran so schwer? So Gut, jetzt aber Leute Wenn euch die Folge gefallen hat Dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo Würde mich sehr freuen Und ja Dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Und dann wünsche ich euch mal einen schönen Abend Oder einen schönen Tag Tschüss 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 Vielen Dank.